So Freunde, jetzt gibt es hier riesengroße Totenkopf-Batterie, die Hammer-Salut-Batterie von GAU. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es hat gedrückt, unfassbar, was ein Gerät, ohne Scheiß, ihr merkt es. Ich kann nicht mehr, Wahnsinn, Wahnsinn. 70 Euro ist wirklich, ist teuer, aber es ist absolut, absolut wert.